Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Techno Mancer. In der letzten Folge haben wir alle Grundlagen abgeschlossen dieses optionalen Kampfes und wir haben unseren Krankenhaus davor natürlich erstellt. Und jetzt machen wir natürlich weiter zu unserer Mission. Dann reden wir mal mit ihm. Ja, Training beenden. Be ready. Stop right there. We're conducting a search. Look at this piece of shit. Well, well, what do we have here? Rogue Trash seems lost, don't it? You forget we don't want your kind around here, trap. Get your sorry ass out of here before you find yourself bleeding from both ends. I'm sorry. I didn't ask you to speak, did I? You used to piece of shit. Why would I want to hear what you have to say? Waste of peace, please. I don't... You used to keep in your mouth and just fucking die. Just like you, you used to keep in your mouth and just fucking die. The corpse will feed the rats. At least then you have a purpose. Such a waste of life. A waste of space. Am I right? A rogue is a rogue is a... Zack, right? You can dress him up. Fuck off, Alan. Before I... Zachariah! We're leaving. Certain people are graduating to the rank of officer today. While others aren't even worth the expense of their time or energy. Let us be off. It's more remarkable things. Hm. Ich dachte, ich könnte da jetzt eingreifen. Ich dachte, ich will gerne diesen Börer-Beschütz. Und da sind wir auch schon. Schau, Zack. Wir gehen nach dem Dome. Es wurde von den ersten Settlers gebaut. Ein Relik selbst. Und da sind wir von uns. Und was ist da für uns? According to reports, looters. Who, in our interest, it would be best to keep out of the Dome. Zachariah. Do you remember your first lesson? Huh. Oh! 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 Do you even know that you're doing that? Oh! Oh! . . . . . . Wow, wie geil. Was, was, was? Moment, da war was. Da war was. Da war was. Ah. Ausbluten für Serum. Okay. Ach, ich glaube, ich kam ab Punkte. Okay. Okay. Okay, ja. Hm. Also ich habe offenbar gerade den ersten Fehler gemacht. Ich habe jemanden getötet. Hä? Also ich kann nicht hinunterklettern. Nee. Na komm. Okay. Was war das? M? Ah, okay. Wir haben hier eine... Oh. Die Karte ist ja mal richtig cool. Okay. Die Karte ist nicht schlecht. Na los. Ausbluten für Serum. Also ich kriege mieses Karma, wenn ich so etwas mache. Okay. Und ich brauche gutes Karma offensichtlich. Damit ich ein guter junger Mann bin. Beobachten. Beobachten. Schattenmeister Scho-Monster berichtet. P. Ups, Alter. Nee, Quatsch. P. Na? Ah, jetzt kann ich... Ah, okay. Technomancer, Wächter, Gauner oder Kämpfer. Hm, ich würde gerne das hier auch weiter ausbauen. Das habe ich jetzt erworben, ne? Okay. Was habe ich hier? Konzentrationse... Was ist das denn? Sprengfalle. Nicht ausgelösteter Helm. Ah, Füße. Ähm, ja. Damit muss ich mich wahrscheinlich genauer auseinandersetzen. Ah, hier runter, ne? So, habe ich gemacht. Kann ich hier irgendwas plündern? Nee. Ah. Ist das eine Werkstatt? Nee. Oh, die... Die Attacken finde ich cool. Das wollte ich doch nicht. Oh, schon wieder. Sorry. Das war nicht meine Absicht. Okay. Kann ich mit ihm reden? Bleib da. Die Struktur ist wie ein Maze. Eine Erfahrung könnte leicht verloren werden. Okay. Okay. Okay, hier ist nix. Hier wird irgendein Tier gegrillt. Moment. Überraschungsangriff. Überraschungsangriff. Das Messer hat nicht funktioniert. Okay, hier ist in Bott volt. Oh, okay. Arbeiter, Schule, alles mitnehmen. Bewerben. So. Hallo. Na komm. Die Fähigkeit ist sogar bei dem Typen. Oh. Serum. Alles mitnehmen. Oh, wir haben ein neues Feld frei bekommen. Gesundheit. Wow. Das sieht aus wie eine Droge. Oh, ich spritze mir mal eben was. Ach, wir können was her. Ach so. Jetzt können wir doch irgendwie auch was herstellen. Recyceln. Recyceln. Kadettenjacke upgrade. Ah, okay. 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 Ich muss jetzt entscheiden, was wir machen. Oder? Äh. Okay, das sieht sehr gut aus. Wahrscheinlich alles zu haben. Aha. Okay, jetzt habe ich glaube ich was abgegradet. gut. Kann ich auch noch was upgraden? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Upgrade. Kann ich da auch was machen noch? Naja, habe ich zu wenig Materialien. Naja, ich habe da noch Materialien offenbar. Okay, jetzt kann ich wirklich nichts mehr machen. Aber cool. Okay, okay. Das wird glaube ich ein bisschen sehr komplex werden. Aber da gebe ich mir mal Mühe. So. Huh? Hä? Oh, ich bin ein Level ab. Oh, ich bin ein Level ab. So. Alles mitnehmen. Ups. Oh man, ich denke mal, ich will die untersuchen. Oh. 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 Eigentlich.. Wollte ich gutes Karma erreichen. So. Passive Fähigkeit. Und entscheidende Startangriffe. Upgrade... Flächenangrif. Mach' n' das mal... So. Ach nein... Nee, Talent habe ich keine mehr.. Okay, hier kann ich nichts mehr freischalten. Attribute auch nicht Ah, ich muss das gut aufteilen Okay, okay, okay Initiation Aufgaben Karten Und was haben wir hier? Weltkarte Oh, oh, oh Das ist die Weltkarte Okay Hapsal Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 What do you mean? Am I not ready? No You're ready, Zachariah With that there is no doubt I worry about you And care for your happiness Once you become a technomancer If there's no going back You lose your freedom Von der Momenten, die wir in die Licht gebracht haben, bis die Licht aus der Augen ist. Die Technomancers sind nichts, sondern Pawns auf einem Schuss. Wir haben keine freiwillen. Abundanz macht die Willen auf uns. Ich denke über die Zukunft. Wie schwer wird es sein, als die A.S.C. aufzunehmen. Vielleicht bin ich nur Paranite. Entschuldigung, Herr Herr. Du musst auf die wichtigsten Dinge fokussieren. Gerade jemand von da oben, jetzt sind wir hier. Und das ist tatsächlich der Mars? Das soll der berühmte rote Planet sein? Hätte nicht gedacht, dass es hier Leben gibt. Das ist das gleiche. Es ist das gleiche als das in der Kapel. Einfach nur an die Energie von zwei Technomancers verbunden. Okay. Ah, was ist das für ein... Warum sind hier Viecher drin? Oh. Es sind hier ein Worte, ja sie sind nicht, da. Seine Haltigkeit ist ein Gefahr für die Elik, sie sollten sie suchen. Ach, hier kann ich das Serum absampfen. Ach, ich darf das nicht bei Menschen machen. Okay, ich darf bei Tieren darf ich das offenbar machen, aber nicht bei Menschen. Okay. Okay, wie dem auch sei. Hier war da auch noch irgendwo ein Tier. Oh, ne, aber eine Kiste. Alles mitnehmen. Hm, haben wir auf der Seite auch noch vielleicht eine geheime Kiste? Nope. Nehme ich auch mal mit? Die Tiere habt ihr nicht zu suchen, wie schon gesagt. Hm, das ist ja alles Bücher von der Erde? Das ist die Hauptstelle. Die Konsole da oben. Aktiviert sie. Und heet ihre Worte. Okay. Schau mich aber erst mal hier ein bisschen um. Was ist die Registration? März 17, 2076. Das ist die Registration. Sie sprechen über Technomancy, über Mutations, als ob ich... Ich kann nicht glauben. Und zwar könnte es so sein. Diese Reaktion betrifft den ersten Settlers, spricht von den ersten Technomancers. Vielleicht schockierend. Wo war unsere Abilität? Die Divine Power? Ich weiß nicht, aber wir haben keine physicalen Begründung von Mutations. Und ich weiß nicht von einem Mutant, der unsere Gifts hat. Und warum sollte diese Dinge interessieren? Kann unsere Mutations nicht nur eine andere Form sein? Das bringt uns zu dem wichtigsten Punkt. Das, was du gesehen hast, uns uniert. Uniert die Technomancers. Das Geheimnis muss von allen anderen Menschen gehalten werden. Wenn diese Informationen durch die A.S.C., werden wir nichts, nur die Schläge. Unsere Situation ist bereits unglaublich. Wir sind nicht nur isoliert, sondern benutzt als Human Bombs. Wir gehen nach dem Mutant Pen in den Slums, einen Tag. Das ist das, was unsere Leben könnte sein. Kein Begründung. Ich bin durch das auch. So habe alle anderen Technomancer-Aufsers in Abundanz. Das ist das, was wir hier haben. 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 Aber jetzt ist es Zeit, zu dealen mit den Kreaturen infestieren. Es wäre ein Schade, wenn die Installation hier zu verlettern. Wir werden nicht mehr in den Städten hier verlettern. Wir werden nicht mehr in den Städten hier beherren. Ja, natürlich, Master. Ich habe noch nicht gefunden, so... ... sie müssen auf den Dome geflogen. Dann, das ist, wo wir gehen müssen. Ich werde die Worte von diesen Kreaturen verletzen. Auf der Basie des Dome finden wir ihre Entspunkte. Wenn sie hier verletzt haben, müssen sie eine Passage haben. Ich bin auf. So. Wir haben einen neuen Attributspunkt bekommen. Kraft... Gewandtheit... Stärker... Machen wir das hier? Jawoll! Und... Fähigkeiten kann ich, glaube ich, so machen. Hm... So. Gut, dann würde ich sagen. Ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao!